Ich arbeite heute auf einem glatten Aquarellpapier. Ich grundiere mit einem Malgel, Acrylbinder geht auch. Anschließend gut trocknen. Für einen transparenten ersten Farbauftrag mische ich die Farben mit Acrylbinder. Alles wieder gut trocknen. Auf dünnen Karton zeichne ich Formen auf und schneide sie aus. Alles wieder gut trocknen. Die Formen übertrage ich auf mein Papier. Ich mische meine erste Farbe, ein kühles Grün. Ich gebe etwas Weiß für die Deckkraft dazu. Ich gebe etwas Weiß für die Deckkraft. Derselbe Vorgang wiederholt sich immer wieder. Immer mit einer neuen Farbe. Derselbe Vorgang wiederholt sich immer wiederholt sich. Es wechseln sich helle und dunkle, kühlere und wärmere Farben ab. Derselbe Vorgang wiederholt sich immer wiederholt sich immer wiederholt sich. Derselbe Vorgang wiederholt sich immer wiederholt sich immer wiederholt sich. Ich füge auch frei erfundene Formen hinzu. Der Farbauftrag ist mal deckend, mal leicht transparent. Zwischenergebnis eine für mich harmonische Farbwahl. Trotzdem fehlt mir noch etwas. Durch die größeren Formen schaffe ich mehr Tiefe. Die Farbauftrag ist immer wiederholt sich immer wiederholt sich immer wiederholt. Die Farbauftrag ist immer wiederholt sich immer wiederholt sich immer wiederholt sich. Die Farbauftrag ist immer wiederholt sich immer wiederholt sich. Die Farbauftrag ist immer wiederholt sich immer wiederholt sich immer wiederholt sich. Die Farbauftrag ist immer wiederholt sich immer wiederholt sich immer wiederholt sich. Die Farbauftrag ist immer wiederholt sich immer wiederholt sich immer wiederholt sich. Die Farbauftrag ist immer wiederholt sich immer wiederholt sich immer wiederholt sich. Die Farbauftrag ist immer wiederholt sich einfach, wenn man ein Richt comedy ich nicht satte cynical überholt sich. Diese rechteckige Form klebe ich mit Maskierband oder Kreppband ab. Das war's für heute. Fertig. Fertig.